Moment mal, hier waren die Creeper. Genau, hier waren die, hier war diese Creeper-Falle. Wieso ist das hier schon wieder so dunkel? Das gibt es doch gar nicht. Ich habe doch hier vorhin Licht gemacht. Also, ich verstehe das nicht. Ihr habt immer das Gefühl, dass hier, ähm, dass hier Beleuchtung verschwindet. So, das heißt, wir machen jetzt mal hier, damit wir das wissen, dass hier ein Ausgang ist. Au! So ein Ding hin. Und dann können wir nämlich hier auch direkt weiter. Ja, der Ausflug war ja ein bisschen blöd. Ich habe gedacht, hier wäre mehr. Okay. Dann sollten wir jetzt... Ach Gott, ich komme hier nicht mal mehr hoch. Dann sollten wir hier mal ein bisschen... Aufbauen. Wow, das Ding hier unten ist da. Ist ja richtig was los, ne? Ja, ich glaube, da ist recht was los. Hm. Frage ist, wie dunkel ist das da? Beziehungsweise, was ist da unten überhaupt? Oh. Okay, das ist das. So. Muss ich das jetzt mal ein bisschen anders machen? Halt. Ach, hier ist jetzt ein totes Ende. So ein totes Ende hier. Das ist nicht immer tot. Meistens heißt das, dass da irgendwas hinter ist. Das ist nämlich eigentlich nur ein Schacht. Man könnte sich jetzt die Mühe machen und hier mal ordentlich durchhauen. Einfach, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwo was hinter ist. Aber wie gesagt, manchmal ist das eine Verbindung zu anderen Höhlen. Aber ich glaube, hier haben wir Pech. Das sieht nicht so aus. Nö, nicht wirklich. Ich glaube, das ist hier ein totes Ende. So. Wir können aber mal gucken, in welcher Höhe wir sind. Wir sind auch noch viel zu hoch. Wir müssten hier zum Beispiel noch viel weiter runter, wenn wir auf Diamantenhatz gehen wollen. Ich meine, wir können das mal machen. Wir graben uns jetzt mal hier runter. Mal gucken, was passiert. Warum eigentlich nicht? Vielleicht finden wir Diamanten. Wäre ein Gag. Fände ich nicht übel. Wir haben ja genug Kram. Suchen wir uns ein paar Diamanten. Ah, okay. Upsa. Suchen wir uns ein paar Diamanten. Gut, Kohle ist auch nicht schlecht. Hm. Ich glaubte gerade... ...dings zu hören. Und dann müssen wir hier das noch raus. Und das raus. Ach Gott. Und das raus. Wir sollten dann auch langsam wieder Licht hier machen. So. Können wir ja machen. Zack. Kohle nehmen wir aber mit. Weil die brauchen wir jetzt immer wieder. Ach ja. Kohle, Kohle. Hier ist aber richtig viel Kohle. Wow. Wow. Hier ist ja mal sowas von ordentlich viel Kohle. Dann machen wir hier einen Stein. Den machen wir noch weg. So. So. Und dann machen wir hier einen Abstieg. Machen hier eine Fackel in. So. Dann haben wir hier noch mehr Kohle. Dann gehen wir jetzt wieder rüber. Oh. Wir müssen uns ein bisschen rüber graben. Das ist ja unglaublich. Wie viel... Ups. Wie viel Kohle hier ist. Verdammt. Ich muss hier mal einen Klotz wieder hinstellen. So. Wie viel Kohle ist hier? Das ist ja ein riesen Berg hier mit Kohle. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. So. Wo sind wir jetzt überhaupt? Oh. Da. Das hier ist zum Beispiel Blödsinn. Alter Schwede. Ey. Du wolltest mich doch verarschen, oder? Jetzt habe ich gar nicht mehr reagieren können, ey. Alter. Da ist der Drecksack hier einfach mal runtergelaufen. Nee. Ups. Das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte was essen. Gott sei Dank hat er uns jetzt nicht so erwischt. Glück gehabt, ey. Aber sowas von Glück gehabt. Ich hätte jetzt auch nicht mehr gekriegt. Nee. Blödsinn. Ich wollte eigentlich... Ach du Kacke. Echt. Ich wollte eigentlich... einen Schutz machen, aber... das war dann... Wo kam der denn her? Der hat uns verfolgt. Dieser blöde Creeper, Mann, ey. Ich will aber weiter runter. Das ist mir jetzt erstmal ziemlich Wurst. Deer Creeper. Deer Creeper. Ah. Kohle ohne Ende hier. Oh, Mann. Nicht doch. Noch mehr? Okay. So, ich hoffe, dass jetzt hier nicht noch... Nochmal so ein blöder Creeper, Mann. Alter, das war... Wow. Das war richtig... Mies. Wo sind wir? Wir sind immer noch zu hoch. Oh Gott. Wir müssen noch tiefer. Noch tiefer. Noch tiefer. Wir müssen noch tiefer. Okay. Dann würde ich vorschlagen... Genau da. Wo kam der her? Ja, das möchte ich jetzt wirklich mal wissen. Wo kam dieser blöde Creeper her? Hallerweise. So tief. Was ist das? Alles ausgeleuchtet. Und dieser Creeper kommt. Ja, wir werden übrigens noch viel Spaß bekommen. Mit dem neuen Update. Weil, ähm... Dann ist unser Hauptproblem nämlich nicht mehr Creeper. Sondern... Dann sind das... Die Skelette und die Zombies. Aha. Aha. Irgendwo ist ja Wasser. Das heißt, wir kommen jetzt langsam, aber sicher... In eine Region... Die ziemlich weit unten ist. So. Unser erster Redstone. Alter. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's kriminell. Und ich glaube hier gerade gesehen zu haben, dass hier ne Höhle ist, oder? Ne, ich war nur schnell. Okay, ist keine Höhle. So. Wo sind wir? Zehn. Na, da geht noch ein bisschen was. Allerdings, wo dieser Redstone ist, ne? Da ist in der Regel... Auch noch mehr. Ich weiß, wir machen jetzt hier einen ziemlich blöden Kram. Und das ist jetzt auch eigentlich recht langweilig, weil hier nicht wirklich viel passiert. Ich höre schon wieder das Wasser. Und am meisten Sorgen machen wir echt nur diese blöden Creeper. Weil so eine Nummer wie gerade eben möchte ich jetzt nicht nochmal haben. Wie ist denn das eigentlich? Ich habe kein Holz dabei. Ja, da muss ich mir halt ein paar Stein... Stein-Dinger machen. Aber jetzt nehme ich gleich, äh... Feierabend. Und Schluss mit lustig. Oh, wir sind schon am Bedrock. Das Wasser ist... Hier hinter. Okay. Hier ist Bedrock. Das heißt, das ist ganz unten. Da geht es nicht weiter. Also doch, es geht weiter. Das ist dann tot. Man kann den auch nicht abbauen und gar nichts. Er ist zu nichts gut, außer eigentlich die unterste Hülle zu sein. Und da drunter ist halt nichts mehr. So. Hier in dieser Höhe so sechs. Das ist die Höhe. Da ist geil. Sechs bis, ich glaube, zwölf. Also in die Höhe, wo wir hier unseren Redstone eben gefunden haben. Das ist so, die Geschichte, da geht es dann auch weiter. So, jetzt machen wir uns hier mal eine kleine... Ach, ich kann ja nicht, weil ich ja gar kein Holz habe. Ach, verdammt. Das heißt, ich muss nach oben. Oh Mann, oh Gott. Ups. Okay. Blöd. So, und jetzt haben wir bestimmt gleich wieder einen Creeper auf dem Hals, ne? Nö. Heute nicht. Heute ohne Creeper. Creeper. Ich hasse euch, Creeper. Ach, hier ist ja schon das Ding. Okay, das ist unsere zauberhafte Höhle. Wo? Ah ja, doch, das ist hier oben.